Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Die Katze ist komplett taub und gehört nichts. So dass der Staubsauger sie überhaupt nicht verschreckt. Das sind die einzigen Affen der Welt, die Gras essen. Sie leben in den Bergen von Äthiopien. Ihr Verdauungssystem ist fast identisch mit dem Schaf. Kein anderer Aff kann Gras verdauen, wie sie das können. Wieso sieht diese Eile aus, als ob sie schmelzen würde? Der Grund, warum diese Eile so aussieht, ist, weil diese Eile in der Sonne baden will. Also streckt sie ihre Federn aus, um in der Sonne zu aufwärmen. Hier ist ein Fisch, der dich küssen will. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen und dass ihr es bald wieder mal seht. Ich hoffe, euch hat es noch seitens. Achtung. Ich hoffe, euch hat es, wir sehen uns bald nach.